Es ist wirklich wie so ein Klassentreffen, kann man sich das vorstellen. Man sieht sich und es war, als wenn es gestern gewesen wäre, dass man sich zum letzten Mal gesehen hat. Es ist eine ganz schöne Stimmung und es macht total Spaß, auch ein Teil dessen zu sein. Es ist glaube ich genau richtig, dass wir das so im Kleinen gemacht haben, nur so untereinander recht intim, alle freuen sich und es wird viel gelacht und das ist immer ein gutes Zeichen. Was uns ausgemacht hat, war, dass wir eine Mannschaft waren, dass wir einen extremen Teamspirit hatten, dass wir die, die auf der Bank waren, die waren fast wertvoller sogar als die Elf, die auf dem Spielfeld waren und das ist extrem wichtig. Ich freue mich riesig auf die WM und hoffe auch, dass Martina mit ihrem Team einfach eine gute Rolle spielen wird. Wir haben sehr, sehr gute, viele junge Nationalspielerinnen, ein tolles Team. Wir haben in England letztes Jahr gesehen, wie viel Begeisterung wir auslösen können und ich bin sehr, sehr gespannt und drücke unserer Mannschaft natürlich alle Daumen, die ich habe und das sind mindestens zwei.